Jetzt fangen wir gleich hier mit so einem Bananenboot hier, die habe ich auch mit drin in der Reise. Ich bin jetzt hier vom Motorboot gezogen und dann sind die Leute hier. Jetzt kommen sie wieder zurück. Keine Ahnung. Was soll ich entscheiden? Wo ist die ganze Zeit? Ne, wenn du einfach das iPhone weißt. Kameras iPhone. Ne, du nimmst das Handy. Dann kommt der Schwermünsche, dann müssen wir rechts zum Fotozeichen. Da ist vielleicht ein Speed draußen hier. Mach dein Sprems einfach nicht drauf. Oder auch Video, kannst auch Video mal rein. Full speed. So, jetzt hier geht's los. Mit deiner Hand festhalten. Auf geht's. Und auf geht's. Here we go. Micha. Und los geht's. Mit Vollspeed jetzt hier. 100 kmh. Mindestens will ich sehen. Oh. Yeah. Hier ist das Boot. Und hier sind wir. Jeeha. Wuh. 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 Damit fahren wir jetzt in der Nähe. Inglis. Ja, na klar. Ja. Ja. Da kriegt das Kotzen. Wuh. Wuhu. Reisetapete, glaube ich. Wuhu. Da gibt's viel Motorboot. Da hinten ist das Schiff. Und hier sind wir. Habt ihr das aber auch gemacht? Oh nein! Hier ist Paragliding. Geile Sache, wirklich. Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Oh! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Schön. Ich hab ja nur eine Hand drei, da warten schon die nächsten hier. Geile Sache. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.